Es wird langsam hell hier am Windenbach, so langsam zuppelt ist, mal hier, mal da, gerade war schon ein bisschen mehr los und ich teste hier am Windenbach schön einen Spot, den ich aus dem VK entdeckt habe, ist schon ein paar Tage alt und da ging es auf Güster und wie praktisch, dass die Güster jetzt gerade Fisch der Woche ist. Und gar nicht lang geschnackt, da bimmelt es auch schon los, machen wir mal ein bisschen lauter hier auch im Hintergrund, da zuppelt es gerade hier auch vereins wieder los, perfekt. Ja, Fisch der Woche vom 13.12., guck mal da hinten geht es auch wieder los, vom 13.12. an, zack, da ist sogar schon was dran, bis 20.12.12 Uhr auf Güster, die wollen wir haben, gerne auch doppelt so schwer die Kandidaten und dafür sind wir hier, dafür sind wir hier, im Idealfall ziehen wir hier die dicke, fette Güster, die dicken, fetten Trophies, so wollen wir sie haben. Die Trophy ab, was war das, 750, 800 Gramm? Katastrophe, Alter. Ja, irgendwie sowas, ne? Ich muss immer noch meine Güster fangen an der alten Festung, habe ich ewig nicht bekommen. Katastrophe und im Idealfall ja auch noch auf Stippe. Könnte man eigentlich auch noch machen. Schön, nen Stippspot oder hier an der Stelle mit der Stippe, zack, da geht schon die nächste rein. Gar nicht schlecht, gerade auch hier in den Morgenstunden natürlich super interessant, direkt der nächste Kandidat. Also, das lübt, so soll das sein, relativ feines Setup. Wo sind wir denn hier genau? Wir sind am Windenbach, wir sind hier ganz unten. Lübt, ich bin echt ganz überrascht, lübt sogar ganz gut. Was ich jetzt gerade noch teste, ich bin ja immer ein Fan von dicken Haken und auch hier ändere ich das gerade mal eben und wir können auch gleichzeitig so ein bisschen aufs Setup eingehen, wobei ich habe gerade schon gesehen, da bimmelt ist. Das heißt, wir gehen gleich noch ein bisschen detaillierter ein. und so, ich gehe hier auf einen Sechserhaken. Ich will die dicken, fetten Brocken. Oh, nix dran. Die dicken, fetten Brocken und nicht den Kleinkram. Und da gehe ich dann lieber das Risiko ein, dass ich mal längere Zeit nichts dran habe, beziehungsweise dass auch vielleicht mal ein Fisch irgendwie wieder abflutscht oder sowas, weil er vielleicht zu klein ist, aber dafür, wenn es dann reinrasselt, dann sind sie maßig und dann sind es nicht die kleinen Unmaßigen. Ja, guck mal rein. Wie gesagt, diese kleinen Unmaßigen hier, oder sie sind ja immer noch maßig, aber man sieht es von der Optik schon, das sind halt die kleinen. Die wollen wir nicht haben. Jetzt hier in den letzten paar Minuten ging das ja auch schon wieder ganz gut los, bevor ich hier die Aufnahme gestartet habe. War halt noch nicht ganz so viel, ab und zu halt in Richtung Abend und jetzt in den Morgenstunden lüptet wirklich ganz gut. Ja, vom Setup her, ich bin hier mit Winkelpickern unterwegs, natürlich mit dem feinen kleinen, aber mit einer normalen Feeder kann man sich natürlich auch super hinstellen. Ganz normales Feeder-Setup, Starter-Setup-Feder lüpt. Ich stehe jetzt hier natürlich mit der klassischen Grundmontage. Das heißt, wenn wir jetzt hier reingucken im Spinning, diese klassische Haarmontage, sorry, klassische Haarmontage ist hier. Man muss ein bisschen was schon geskilt haben, um die freizuschalten. Allerdings geht das ja auch echt flott. Also das ist wirklich eine der ersten Geschichten, die man mit frei spielt. Von daher, wenn man so ein bisschen was an Grundangeln schon betrieben hat, sollte man das auch hinkriegen hier mit der Grundmontage. Gehen wir mal eben rein. Relativ fein bin ich hier unterwegs, wobei das ja eigentlich schon wieder obsolet ist, denn das Dünnste hier ist die geflochtene Schnur, das geflochtene Vorfachsmaterial mit 6,4. Man kann bestimmt auch mit Fluorocarbon sich hier hinstellen. Da würde ich vielleicht sogar noch ein bisschen dünner dran gehen. Tragfähigkeit 2, vielleicht 3, höher würde ich glaube ich da nicht rangehen. Lieber in den Drill reingehen, als vielleicht irgendwelche Fische noch zu verscheuchen oder so. Ich habe tatsächlich jetzt einen 6er Haken gewählt. Ich habe angefangen mit einem 8er Haken hier. 6er Haken scheint mir gerade ganz gut zu funktionieren. Und dann hier die Boily Kombination. Zum einen den Boily in Karamell 8 und Creme Brulee in 8. Wenn man den raussucht, ich glaube wenn man einfach CR eintippt, da kommt dann schon Creme Brulee. Ja, ansonsten muss man halt hier mit den Häkchen oben drüber arbeiten, um das rauszusuchen. Sahne als Dip und bisher noch keine Futter mische. Keine Futter mische, keine Standard-Güstermische oder oder oder. Das, uuuh, 740. Das können wir gerne, ich glaube 800 war die Trophy. Das können wir gerne nochmal testen. Ich habe geklippt, tatsächlich auch geklippt auf 10 Meter. Das heißt, wir wollen ja hier schön mittig rein. Der Köder sinkt dann noch ein bisschen ab. Das heißt, wir landen hier schön in der Mitte an der tiefen Stelle. Und ich glaube, es zuppelt auch schon wieder los. Ich würde sagen, ich ballere jetzt einfach mal klassische Güstermische rein. Hier haben wir sie. Und wir wollen es ja übertreiben. Wir nehmen natürlich 10 von 10. Ich werfe sie ein bisschen weiter links. Reichweite passt. Drei. Jawohl. Und so weiter und so weiter und so weiter. Ich glaube, es waren nur noch neun Stück da. Das heißt, ich ballere sie alle durch. Kurz nach halb. Jawohl. Das war die neunte. Das passt. Und das Ganze treibt ja jetzt noch so ein bisschen flussabwärts. Deswegen hatte ich sie eben nicht genau mittig, sondern ein bisschen weiter nach links gemacht. Jawohl. Und dann gucken wir mal, ob wir da noch ein bisschen mehr die Frequenz erhöhen können. Oder vielleicht auch natürlich die Qualität. Hier ist, glaube ich, noch der Achterhaken drauf. Genau so hatte ich angefangen. Achterhaken. Auch hier ein bisschen anderes Vorfassmaterial, aber eben auch geflochten. Aber komplett eben mit Creme, Brûlée und Karamell auf Boily Größe 8. Zwischendurch hat man mal so ein bisschen diese Phase, wo es noch ein bisschen low ist, wo noch ein bisschen Pause ist. Aber es ballern dann doch zwischendurch mal immer wieder halt die schönen Dicken rein. Und das ist halt der Knackpunkt. Nur die wollen wir. Ich würde sagen, ich mache nochmal einen kurzen Break. Gucken wir mal, was sich so in den nächsten Minuten hier ergibt. Und dann schauen wir natürlich auch nochmal in den Kescher rein. Und da gehen sie wieder rein. Zack, und da gehen sie wieder rein. Ja, es ist tatsächlich so. Immer mal wieder kurze Flaute. Einfach wirklich Pause. Ich habe jetzt mal die dritte Route auch mal nochmal weiter geworfen. Deutlich weiter hier auch in Richtung von diesem Ast. Und trotz allem bimmelt es hier, oh, den habe ich verloren, ein bisschen mehr. Auch tatsächlich auf größeren Haken, also auf den Sechserhaken. Ich meine, ich habe natürlich jetzt hier auch die Futter-Mische drin. Hatte aber auch gleichzeitig hier direkt wieder ein paar kleinere gerade mit dran. Das ist natürlich dann nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Was man vielleicht auch machen könnte ist, dass man vielleicht Karamell und Creme Brulee einfach nochmal als Beulie anfüttert. Oder eben geschreddert anfüttert. Einfach um hier eine Lockwirkung für die größeren Fische auch noch hinzukriegen. Das wäre eine Möglichkeit. Ansonsten bin ich bisher ganz zufrieden. Ich meine, ich mache eh nicht mit bei dem Wettangeln. Von daher zieht raus die Brocken. Es gibt was zu gewinnen. Die West Hill Royal Picker. Also auch hier eine Winkelpickerrute. Halt ideal, um auf kleine Fische zu angeln. Weil die eben so ganz zart fühlende Spitzen haben. Und man da eben auch die kleinen Bisse und sowas sofort erkennt. Also sowas lohnt sich halt immer, wenn man dann irgendwann, ja, eigentlich wenn man keine anderen Sorgen mehr hat im Game. Wenn man das Basissetup zusammen hat, dann kann man sich irgendwann auch nochmal so kleine Winkelpickerruten gönnen. Ich würde sagen, wir gucken mal eben rein, was denn die Güster so bringen. Für alle, die es auch vielleicht nicht zwingend nur auf die Trophy abgesehen haben oder auf die Super Trophy. Es macht ja eigentlich am meisten Sinn, wenn man so ein richtig übertrieben dickes Vieh irgendwie rauszieht. Ich glaube, damit hat man dann die besten Chancen. Tendenziell würde ich sogar sagen, alles was so in den Bereich geht von 900 plus. Damit hat man durchaus Chancen bei so einem Turnier dann auch noch oder bei diesem Fisch der Woche dann auch noch zu gewinnen. Vielleicht sogar im Kilo-Bereich. Dann wird es aber auch schon wirklich schwierig, dass man so eine Güster rausbekommt. Und schauen wir mal eben rein. Als erstes natürlich am Windenbach wie immer schnell ins Café schauen. Denn auch da gibt es Aufträge für kleine Güster. Jetzt gerade nicht drin. Also gucken wir einfach hier nach den ganzen Güstern. Sieht doch schon ganz gut aus. Und wenn wir nach Preisen sortieren für so eine schöne 700 Gramm Augusta, 7 Silber. Auch hier oder auch hier 500 Gramm, 530. Ja, man kann sogar sagen, es ist 1 zu 1 umgerechnet. Das ist natürlich auch sehr, sehr praktisch. 531 Gramm, 5 Silber 30. Das zieht sich durch, tatsächlich. Das zieht sich durch. Ab diesen maßigen Fischen zieht es sich durch. Da kann man tatsächlich sagen, Gramm in Silber. Sehr, sehr praktisch. Gar nicht schlecht. Macht Spaß. In Gänze sind wir jetzt schon hier in der kurzen Zeit bei 72 Silber. Tipptopp, so soll das sein. Ich würde sagen, Petri ihr Lümmels zieht raus die Brocken. Viel Erfolg beim aktuellen Fisch der Woche. Und wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin.